Radio Hamburg TV Check, check, 1, 2 Macht auf jeden Fall Krach Das ist wichtig Ich fang einfach mal an und du setzt ein Als die schwangere Ute in die Wohnung unter Atze zieht Denkt er, diese Frau kommt von nem anderen Stern Weil sie so komisch aussieht Denn Ute arbeitet als Lehrerin In der Waldorfschule Hat die Taz abonniert Doch da kommt noch was dazu Und zwar, dass einmal im Monat Die Schrot und Korn im Briefkasten steckt Zwei Weltanschauungen, bei denen sich so überhaupt nichts deckt Sie werden Freunde Ist was er schrieb Hat sich Atze am Ende in Ute verliebt Lesen Sie es selbst In Atzes ersten Buch Und dann kam Ute, heißt es Doch der Werbung jetzt genug Wahnsinn Das ist noch mehr als Reinhard May Etwas unter Atze Schröder Super Wem das nicht zu Herzen geht, der muss ein Der muss das Buch lesen Spätestens dann Ja 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 Vielen Dank.